Hallo ARFOPS, ihr seht schon wo wir sind, nämlich im Stern Center hier in Sindelfingen. Und wer das ein bisschen verfolgt hat, der weiß das ja. Hier entsteht unser nächster Store ab August. Super viele Noppensteine auch in Sindelfingen. Und wir gucken uns das jetzt mal zusammen an. Kommt mit. So, jetzt sind wir drin im Stern Center. Ich habe auch in den Laden schon mal geguckt. Das sieht man jetzt nicht besonders viel. Aber er sieht gut aus und wir werden da auch richtig schön viel Platz haben für ganz super viele Noppensteine. Ist noch ein bisschen Arbeit, aber wir haben ja auch noch Zeit. Im August geht es los hier mit dem Bluebrick Store im Stern Center in Sindelfingen. Und ihr könnt, wer Lust hat, sich auch gerne schon bewerben. Wir suchen Verkäufer und Verkäuferinnen in Teilzeit und in Vollzeit. Der Bartosch blendet hier unten direkt mal die E-Mail-Adresse ein. Also, wenn ihr Lust habt, Teil vom Bluebricksteam zu sein, gerne an die E-Mail-Adresse schon mal, das was man so als Bewerbungsunterlagen halt üblicherweise schickt, gerne schicken. Schreibt mit dabei, ob ihr Vollzeit oder Teilzeit machen wollt. Und ansonsten halt so die üblichen Sachen. Es ist für uns nicht entscheidend, dass ihr irgendwie sonst was super toller Ausbildung als Betriebswirt oder was auch immer habt. Uns ist wichtig, dass ihr mit Noppensteinen auskennt und dass ihr Noppensteine genauso liebt, wie wir das tun. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir euch dann alle demnächst auch hier in Sindelfingen sehen. Und für heute sage ich dann, wie immer nur, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es mehr, auch hier in Sindelfingen. Viel Spaß beim Bauern, euer Klaus. Tschüss.